Mein Ziel mit dieser Weiterbildung ist es natürlich auch mehr Verantwortung zu übernehmen, aber auch übernehmen zu können und dass meine Kollegen mir das auch zutrauen und in naher oder später Zukunft auch natürlich mal eine Führungsposition zu übernehmen. Mein Name ist Charlotte Kleineberg, ich bin 24 Jahre alt und ich habe den Fachwirt für Einkauf absolviert. Also ich arbeite im Einkauf der Stadtwerke Bielefeld Gruppo. Der Einkauf hat mich schon immer interessiert, auch während der Ausbildung und jetzt, wo ich schon einige Zeit hier arbeite, fand ich es immer total spannend und ich möchte natürlich auch einen Mehrwert für mein Unternehmen darstellen und habe mich deshalb für den Fachwirt Einkauf entschieden. Ich habe mich für das TA-Bildungszentrum entschieden, weil ich von vornherein wusste, dass ich die Weiterbildung auf keinen Fall in Teilzeit machen möchte. Das ist einfach ein zu langer Zeitraum für mich. Und das TA-Bildungszentrum hat das innerhalb von acht Wochen angeboten und das war für mich optimal und dann habe ich mir Infomaterial besorgt und habe dann auch gesehen, dass ich mir sogar eine Unterkunft dort mieten kann und habe dann auch mit meinem Chef darüber gesprochen, dass ich das gerne machen möchte. Und er war sofort begeistert von der Idee und dann habe ich mich auch direkt schon angemeldet und konnte es eigentlich kaum erwarten, damit anzufangen. Der Unterricht ist sehr interaktiv. Wir haben viel Gruppenarbeit gemacht. Was auf jeden Fall neu war, das sind so diese vertragsrechtlichen Geschichten und auch so diese ganzen Einkaufsprozesse. Da hatte man dann ab und zu so einen Aha-Moment und denkt sich, ach stimmt, da war ja was und das bleibt dann auch hängen. Was sich seitdem ich die Weiterbildung gemacht habe, für mich im Berufsleben verändert hat, ist zum Beispiel, dass ich jetzt mehr Aufgaben zugewiesen bekommen habe, zum Beispiel die Einkaufsprozesse zu modellieren. Und ich merke auch, dass mein Chef mir mehr zutraut, seitdem ich die Weiterbildung gemacht habe. Er merkt, ich bin quasi auf dem neuesten Stand und habe immer eine Meinung dazu und ich trete auch viel selbstbewusster auf. Und das merken die anderen Kollegen auch und man bekommt viel mehr Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist mir aufgefallen und das ist mir auch unheimlich wichtig gewesen. Schlussendlich würde ich sagen, ich würde es absolut nochmal genauso machen. Es waren tolle zwei Monate, von mir aus hätten es auch vier Monate sein können. Die Zeit da war fantastisch. Ich habe viel gelernt, ich kann viel anwenden. Ich habe Freunde gefunden, mit denen ich auch jetzt immer noch Kontakt habe. Aufgrund meiner Erfahrungen würde ich das auf jeden Fall nochmal genauso machen. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann es auf jeden Fall vorstellen. Vielen Dank.